Ja, liebe Freunde, es geht weiter. Wir sind jetzt in der Haut eines Marines, glaube ich. Ah, sind wir. Und, keine Ahnung, wir greifen irgendwas an. Keine Ahnung. Naja. Dann füllen wir mal mit. Treffen aber nix. Okay. Das könnte ein bisschen tricky werden. Boah, wat ne Armada. Ja, da geht nix. Na gut. Oh, wie ich sehe, wir landen. Alles klar. Go, go. Yippie. So. Wir sind unten. Sehr schön. Wo müssen wir denn lang? Maschen, Draht, Zaun. In the morning. Na gut. Äh, ja. Was ist das denn? Radiosender? Kommt ihr mit? Sauber. Yippie, komm mit. Sehr schön. Äh, was muss ich machen? Holla, holla. Nein, warte. Äh. Wo ist das denn sicher? Wo sieht das denn aus hier in der Bude? Ja, klar. Immer ich. Wir müssen hier runter. Oh, da sind schon welche. Wo war denn hier einer? Na komm. Hallo. Uh. Auch sehr schön die Blutspritze an der Wand. Das gefällt mir. Hallö, le. War ja nicht noch einer drin? Na gut. Wir tauschen. Oh, eine Shotgun. Ich glaub, die macht sich hier im Häuserkampf sehr bewährt. Ja. Wow. One Shot. Äh. Blendgranate rein. Und. Ah. Sollen wir hier rein? Hallo. Wow. Siehst du, das ist Wahnsinns. Oh, ist das geil, ey. Die Physik knallt mal übelst rein. Zappelt er denn so, ey? Jungs, kommt ihr? Oder nicht? Muss ich hier wieder alles alleine machen. Oh, was hat er denn? Eine Dragon of. Eine Sniper. Ah. Du bleibst liegen, ne? Sehr schön. Kann ich denen keine Befehle geben oder so? Ja. Shotgun ist jetzt nicht so gut. Wo, wo, wo? Ach, hier. Ich habe eben Erfahrung, dass Alasata eine Art. V pazp. Aber würden wir mal nachschauen, ne? Paket, sehr schön. Wenn, oder? Wo denn? Ach, da hinten. Ach, der. Dutch. Der Void. Oh, nöööö. Hätte ich mal die Snarker mitnehmen sollen, ne? Boah, warum stirbst du? Muss ich hier überhaupt lang? Ne. Ich bleib, wo die Action ist. Hallo. Boah, alter. Alter. Das wird recht tricky hier. Ah. Habe ich denn hier kein Radar mehr? Wow. Ah, jetzt rennt mein... Stirb. Ah, mit zwei Mann nur noch hier, oder was? Na, dann super. Alter, das ist... Allah. Ja. Alter. Mein Gott, bin ich schlecht. Wow. Nice Effekt, ey. Ich bin begeistert. Ich könnte... etwas... Alter, was war das denn? Explodierendes Fahrzeug? Boah, nicht schlecht, ey. Das wusste ich noch nicht. Ach, ey. Ich hab mal vorher gewusst, weil ich gar nicht am Auto stehen geblieben. Ach, was mach ich nur, was mach ich nur, was mach ich nur. Ach, lieber mal hier. Da, 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 da. Habt die Bazooka wieder ein, Olle. Oder... Was für ein Bulldozer. Ach, hinter uns auch noch. Alter, sag mal. Ich glaub, bei dir hackt das. Wow, 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 wow. Wow. Das nenn ich mal Krieg, ey. Hier war noch einer. Ich traue mich gar nicht hier raus, ey. Hallo. Was ist, wenn ich erstmal hier versuche? Wo denn? Können wir ein bisschen Luftunterstützung gebrauchen. Wo denn? Stimm hinter mir, ne? Ach, da rennt er schon sauber. Naja. Oh, da möchte ich gar nicht hin. Hallo, leh, 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 leh. Wow. Mit dem Jeep rennen die. Ach, rennen die Perzen, die hier lang. Kann ich mit dem Ding eigentlich... Hm. Die Frage hat sich erledigt. Oh, dann... Fack die Bazooka wieder ein. Ja. Boah, fuck, ey. Ah. Oh, das Auto brennt. Ich muss weg, ich muss weg. Ei, 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 ei. Ah, Granate. Boah, knapp. Ja, macht ihr das mal. Ah, Kopfschuss. Das war ich, du doofe. Ich glaube, der hat... Ey. Sagt er einfach, ich bin ich nur ledig, ey. Kommen wir denn da hin, ey. Wie? Wie dann nur zu zweit hier, oder wat? Hallo? Wo denn? Oh, gut. Ah, ich finde das ja richtig geil, dass man durch Sachen durchschießen kann. Oh, 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 oh. Weg hier. Komme. Oh, Alter. Da hält der einfach mal seine Rübe hier rein. Ich trau mich mal raus. Ich hab schon wieder eine Granate gehört, ey. Hä? Jungs, verarscht mich nicht. Ah, zu viele Granaten. Zu viele Granaten. Er ist tot. Hallo? Guckst du denn da so? Wo denn? Ach, das Ding bestimmt, ja. Hier sind zu viele Autos. Sehr schön. Hier, oder wat? Kamera einmal ausschalten. Ausschalten. Klappt nicht. Was ist hier passiert? Mach mal da ein Böhmchen dran. Jo. Ich geh auch rein. Hallöle, hallöle. Bin der Manuel. Ich möchte sterben. Das geht mir ein bisschen zu schnell hier. Ach, du Scheiße, Alter. Hallö, ma, hallö. Man kann auch hier durchschießen, ne? Völlig einfach mal hier durch. Das sollte machbar sein. Weißte wat? Schon mal zu voll, jetzt gehen wir mal im Nahkampf hier. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da. Uh, Serverräume. Ah, ist dran, ey. Ich kann durch die Wand schießen. Wow, Granate. Wow. Was ist denn hier? Windows, oder wat? Ach, was habt ihr denn hier? sondern in das 590 rechnung okay dann gehen wir mal hier mein gott ist doch kein server ich habe angst hier geht es weiter hier ach du scheiße alter auf darum zu schreien ach du affe ey ich krieg plack nein raketenwerfer ich möchte gar nicht er denn hier rum ach du kannst es ja nicht mein gott ich bin ein bisschen zu offensiv oder ach da kann ich durch die scheibe schießen oder was ist hier los habe ich denn hier noch alles hallo hier ist keiner habe ich doch ein köpfchen gesehen ich möchte dass du stirbst so ah köpfchen zeige ich mal das köpfchen ach der rennt ja trotzdem durch da ist ja auch noch einer was war das denn schon wieder scheiß raketenwerfer man leck mich am arsch wir sind denn hier noch kriegt plack oder so lebst du mein gott nehmen alle tier ja 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 ich muss auch noch eine ach du kacke ich höre schon wieder granaten das fenster runter gekloppt da kann man durchschießen jungs dann sterben die auch habe angst dass die bazooka gleich sowas von durchschlägt aber ich schreck mich doch nicht so toll ach da kommt er immer jungs ich will mal vorwärts kommen hier das kann ja so nie angehen oder mein gott haben wir ne da 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 ich hoffe doch aber weißt du was ey jetzt rennen wir mal weiter ja ja kommt ihr denn alle her äh hallo zeigt den köpken hier rein aber versteht kein wort mein jungen aber wo denn macht ihren dahinten lang wechseln zu ak hat ich möchte einmal die oder ich bin hier schon wieder falsch muss ich denn hin da toll hä hallo komm ich denn auch komm ich denn hier hoch 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 wo sind die denn lang gelaufen ey ich vermisse mein radar Ja, probieren wir das mal von hier aus. Na auch nicht. Alter, wolltest du mich verarschen? Da. Hallo? Tja, Jungs, könnt ihr alleine machen. Kommen die hoch. Scheiß Kopierer. Ach, ihr seid hier. Jungs, müsst ihr mir auch was sagen hier. Mann, Mann, Mann. Ah, jetzt gehen wir... Wo? Uh, Abrems. Wartet. Na, erst mal ein Snack holen, ne? Okay, die verteidigen. Wer schießt denn hier? Ah, machen wir mal ein bisschen Randale hier mit, ne? Ah, einen haben wir noch. Schießen wir mal direkt da rein. So. Alter. Uh, eine Sniper. Super. Jetzt ist die ganze Action vorbei, oder was? Egal, nehmen wir jetzt die hier. Ich glaube, ich muss da lang. Devil Dog. Ah, es geht noch höher. Hier, guck mal einer an. Ach, da lang. Da, 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 da. Hallo. Oha. Wie viele. Das ist bestimmt eine Bombe, oder so. Ach so, funktioniert das. Ach, hier ist ja nichts drin, ey. Sagt halt nicht, mein Junge. Toll. Gut, das verstehe ich halt mal sein Equip. Oh, lecker, lecker. Alles klasse. Okay, das war's dann. Ab zur nächsten Folge, Jungs.